Aber es ist nicht herrlich, dass wir uns so lange kennen und die vielen Jahre... Aber was mich jetzt interessiert, was mich ja interessiert, dein Privatleben. Nein, nein, das interessiert aber keinen. Das war ja damals ganz schrecklich und heute immer noch schrecklich. Nein, nein, alles klar. U-Bahnhof Nollenburgplatz, die Kleiststraße in Richtung Wittenbergplatz, das Hochhaus am Nollenburgplatz, links davon die Motzstraße. In meiner Lehrzeit ist mein Chef mit mir ins Eldorado gegangen und da haben wir eine Show gesehen. Und es hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich völlig fertig war. Es hieß ja immer die 175 Jahre. Es gab ja überall Razzien. Mich hat man auch einmal mitgenommen vom Kleistcasino in die Kurthauer Straße und fotografiert. Innerhalb von ziemlich kurzer Zeit hat sich die HW gegründet, die Homosexuelle Aktion West-Berlin. Man wollte eigentlich die schwule Revolution machen. Wir haben ja eine Tundenfraktion damals gebildet in der HW. Wir haben auf den Plänen einfach gesessen und haben gestrickt. Es gab keine Hierarchien oder Klassengesellschaft. Alles musste miteinander klarkommen. Man konnte ja mit so einer leichten Dauererregung durch West-Berlin laufen und eigentlich in jeder möglichen oder unmöglichen Situation Sex haben. Was so Sex-mäßig war, dass es so ein Bär oder weniger auf der Tanzfläche gepoppt wurde, das kenne ich nur aus dem Metropor. Eine riesen Tanzfläche und es läuft die ganze Zeit dieser B. Ich lebte in so einer Insel des Glücks und plötzlich kommt eine Krankheit, die das alles zerstört. Naja. Ups. Ist das nicht schön? Ist das als freischaffende, elitäre Tunde? Ich hab grad zu drücken, ich dann also mir auf mein Schubeln. Nur so haben wir nachher auch eine Geschichte. Einfach falsch interpretiert. Du duslige alte Schnecke. Nein, jetzt wird's ja jetzt so ein Scheiß. Ich bin jetzt sogar vom Vokabeln ganz. Vielen Dank.